Die Übersichtskarte ist toll. Und dann greifen wir hier den Schwamm an. Wir spielen mit unserem Flugzeugträger in der Badewanne. Die Übersichtskarte ist toll. Das Graphic geht mal kurz bemüten. Oh ja, ich höre dich auch doppelt, das wäre nicht verkehrt. Die Übersichtskarte ist toll. Die Übersichtskarte ist toll. Ja, es soll diese, hoffentlich jetzt die kommende Woche irgendwie dokumentiert werden, sodass dann buchbar wird nächste Woche. Hattest du die Nachricht gesehen? Äh, welche? Ich hatte dir das halt geschrieben. Das Kabel ist ja, genau, das Kabel ist gebaut. Es muss jetzt alles noch entsprechend dokumentiert werden, dass das alles buchbar gemacht wird. Ach ja, tatsächlich. Also physikalisch ist schon alles vorhanden. Egal. Oh. Ähm. Neu, siehst du die Einstellung? Äh, warte. Nein, ich bin noch am laut auf. Ja, die musste ich auch neu machen, ein paar. Bei der... Enemy Count? Oder was? Ja, genau. Guck mal auf den Enemy Count. Ja. Okay, so können wir es lassen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, können wir nicht. Warte mal, warte mal. 20, 24, 28, 20, 20. Also doch, also doch eine Saw mitnehmen? Wir lassen uns jetzt auf 20 und brauchen noch keine Saw. Okay. Ich bin soweit. Das ist nur mein... Da hinten ist er. Ja. Okay. Ja, okay. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich frage. Ja, das habe ich mir großartig vorgestellt. Wenn wir... Oh! Das gab es auch, aber der Effekt sieht jetzt schlechter aus. Wenn wir es einfach nur schwarzer greifen. Ja, das meinte ich mir schlechter. Kanate! Ja, die hat mich auch direkt. Vorher fand ich dich besser. Jetzt ist das schlechter. Kannst du sagen? Vorher war es ein äh... Sanft einblendender Effekt, sag ich mal, vom Rand, der transparent ist. Jetzt ist es einfach schwarz. Ohne Übergang. Ähm... Bin bereit. Neuer Versuch. Ich noch nicht. Hä? Wieso ist jetzt... Ich habe schon den ersten Bug entdeckt. Ich bin hinter mir, wie ich gestorben bin. Das ist deine. Du bist ein Grenade, der steht hier. Das steht hier aber... Das wurde ich nicht. Bei... Ähm, doch. Du lebtest ja noch. Ich konnte dich wiederbeleben wahrscheinlich. das könnte der dass das könnte passen mal was ok das sieht nach einer besseren startposition für uns aus mein controller vibriert die ganze zeit oh granate geht zurück ich kann überhaupt nichts zocken ja ich habe schon hin und wieder mal die stehen da hinten über hast du die oben granate das spiel kann zwei spiel pass auf die schießen von oben das ist doof dann habe ich das richtig gehört dass hinter uns was war ich dachte du wäre dass die position gewechselt du klingst irgendwie beträchtlich anders hast du ein anderes headset durchladen hilft ein bisschen wie ein chipmunk neo hat sich nur auf der arbeit ein bisschen helium abgezweigt uh helium 3 das teure zeug du weißt was das heißt immerhin scheint die standards update gerade in einer ganz guten geschwindigkeit zu laufen dann kriegst du auch die neuen pinken russen so so ist bereit ja ja ok die position hier ist doch gut wir können ja noch rechts hinter der brücke lang ja hier 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 oh das klappt nicht ich habe ich habe ich habe ein grip kein zwei weinen ja ich sehe das problem nicht ich habe beides ja und noch die vergrößernde objekt zum einklappen ah ok ah die kann man klappen ja gut tja soll ich mal wen anlocken gehen oder besser hier aufbauen kann man hier runter fallen baden gehen baden gehen ja wahrscheinlich machen wir am ende ja wenn wir weg gehen spornen die hinter uns müssen wir auch dran denken und hier ist eigentlich ganz nett die уди v sind sind die sind die die ist die oben auf dem turm sind sie wieder wollte gerade fragen hast du auch das klönk gehört war das vielleicht eine granate jetzt steht er bei mir über shot bei james obwohl es auch die granate gleiches song noch mal zwei war noch dran ich habe noch punkte über ich nehme auch die zweifach optik zum klappen stehen eigentlich irgendwo die runden ok nicht so der beste spawn da hinten stehen sie schon er hat eine granate geworfen ok war von dahinten auch ein bisschen optimistisch mit dem wurf muss man sagen das sieht aus ok ich guck nach rechts hat wieder einer eine granate geworfen ok Du okay? Jo. Meine Kette klingelt. bereit machen ich bin rechts nein ach so doch ja ja die die liegt unten im schacht für die starrnachs die hängt zu weit durch ich ich hab ihn hey sagen gehört granate wir sind da hinten oben wieder auf so einem container kann man nicht wiederbeleben ja ja kannst du aber da kommt auch wer aus der richtung sehen grad nicht ok ist grad ein bisschen laut ich muss eine von deinen spritzen kriegen nicht nur einer ich hör wieder ok ich bin auch leer rechts kann sein dass ich den hinterkopf geschossen habe mit der pistole wenn du in dem moment da raus bist ein paar haben wir erwischt ich weiß nicht wie viele runden haben wir denn jetzt vier vier fünf sind es doch oder achso ok dann nochmal jo also freshman jetzt wo gerade die saw nicht mehr so laut ist ja was genau zockt ihr da onward das ist in vr so am ehesten rainbow six oder oder ghost regen nur halt in vr mit recht aufwendigen waffen ja ich glaube ich glaube freshman braucht auch so eine index oder so was also vr hat ist jedenfalls ja und hot dogs horchus und hand grenades und dann sehen wir ihn nie wieder die seite wieder ok granate angeschossen da vorne ist eine kiste wird da mal hin ja deswegen wegen spritzen ich bin angeschossen ich wollte mal gucken ob da was drin ist eine handgranate die nehme ich doch mach da auch mal ein bisschen lärm ich höre wen hinter uns hinter uns oh hab einen hinter uns der kam außenrum sauber wir können ja auch durchgehen ist schon mal eine erkenntnis aber ich würde sagen da gehen wir nicht hin das ist die granatenecke zumindest nicht zu zumindest nicht zu weit hier hier ist auch eine schöne granatenecke ich höre wieder rechts ja hier ist eine zusätzliche saw schon auf oh ich muss mich mal spritzen ich verliere farbe danke wenn man die nur mit einer hand hält ist sie echt äh hat die echt viel rückstoß ich würde glaube ich auch mal eine spritze geben ich würde glaube ich auch mal eine spritze geben ich würde mal ein bisschen deckung gehen ich lad mal glaube ich nach ja hast du gerade dein radio erwischt jetzt mal fresh man achso achso übernimmt auch die letzte kugel aus der k ahja klar macht Sinn reine kit dann ich hätte mal hier rechts rum hier rechts rum wo sind wieder die oben Oh, hier kommen Granaten. Oh, hier kommen wir. Oh, Granate! Oh, Granate! For you? On me! Oh. Hui. Pass auf, da ist noch einer oben hinten auf dem Container. Bereit? Jo. Danke. Gibt es die Chance von Nachladen? Ich glaube ja. Granate! Die kommt hier glaube ich nicht rum. Ich höre... Wahrscheinlich den, den ich da habe laufen hören. Der Turm oben! Der Turm oben! Der Turm oben war voll. Ja, das war die ganze Zeit. Und dann ist das, was wir jetzt haben. Ich habe die Ticker. Ich habe es in die Ticker. Aber ich habe es in die Ticker. Ich habe es in die Ticker. Und dann ist das so. hassen okay meine kette hängt nicht mehr im stanak schacht granate kiste Ok Danke Computer stopp No shit, ham nicht wieder Ham nicht wieder Jo Rechts grad sauber Du hast ihn also Jaja Ok ich muss allerdings aus der Deckung raus zu deiner Spritze Ja Danke Können gucken wo die andere Kiste ist Und nur noch 34 Feinde Ich wollt grad sagen Die Gute und die Schlechsten nach dem Schritt Die Gute ist Wir haben erst die Hälfte der Gegend Die Schlechste ist doch 34 Waren noch 128 oder? Ja wir haben erst die Hälfte Hm War das Links wer? Kann eigentlich nicht Ich glaub ich höre nur dich Na schauber Ich geh nochmal hier links hinten rum gucken Ich will dann mal rechts gucken wo ich immer erschossen werde Wieder 5 auf dem Turm 24 25 Wir haben die 100 geknackt Da kam ne Granate Guck wo die Ich muss nachladen Ich muss nachladen Kette Acht Stück noch Sollen wir zum Angriff übergehen? Bin bei der letzten Kette Ja Ich glaub ich auch Ich glaub ich auch Ich auch Huh Äh muss da wer sein? Hast du nur noch ne Granate? Äh ja Aber ich trau mich nicht zu werfen Ich hab ja kein Index High riddor Wuuuuhu Der zuerst im Wasser ist Oh NEIN Ok da 5 Runden ist nicht schluss Nur 5 Protokoll Guck mal das ist doch das ist doch nochmal schöne Der Freight Show 30 bei mir, 44 bei dir. 5 Revives hab ich. Ich stell's mal wieder runter. Ich stell's mal wieder runter, lass noch einmal ins Wasser springen. Okay. Ich hab ein bisschen Angst davor, wahrscheinlich muss der Kopf schießen. Bist du ja in die Badewanne, ne? In die Badewanne gekopft. Ja. So. Es hilft auch, wenn ich auf Start drücke. Hab gewartet, warum geht's nicht los? Leeroy, hier ist kein Doppel. Hui. Herst du? Wuuu. Oh. Bleib. Hey, da ist auch die Auswahl. Haha. 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 Ja.